Furnspin hat uns eigentlich überzeugt, weil es einen sehr überraschenden Moment hat. Es ist ein neuer Beschlag, der rotieren kann. Das heißt, das Möbel dreht sich um seine eigene Achse. Und was dadurch ermöglicht wird, dass man als Gestalter es ermöglichen kann, offene und wie auch geschlossene Flächen innerhalb eines Möbels zu realisieren. Was uns auch begeistert hat, ist, dass der Beschlag komplett unsichtbar ist, dass die Drehbewegung wirklich sehr soft und elegant ausgeführt wird und sich auch der Drehbeschlag oder das Element sozusagen wieder schön selber einzieht in die Position, die man haben möchte.